Willkommen zum Seminar Körpersprache und Rhetorik. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Unsere Körpersprache und Rhetorik ist unser persönliches Aushängeschild in der Berufswelt. Der Ersteindruck macht den Unterschied in der Begegnung mit anderen Menschen. Wer sich positiv präsentieren möchte, kann mit einigen Handlungsempfehlungen das eigene Auftreten ganz leicht verbessern. In unserem Seminar lernen Sie, wie Sie bei Reden und Präsentationen authentisch wirken, souverän auftreten, den Kontakt zum Publikum herstellen und Zuhörer überzeugen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Redebeiträge dramaturgisch geschickt und adressatengerecht gestalten. Sie gewinnen wichtige Erkenntnisse in Methoden der verbalen und nonverbalen Kommunikation, die Ihre Wirkung auf jedes Publikum verstärken. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen bewegt!